Im Schattenreich zwischen Wachsein und Schlaf liegt ein ebenso altes wie geheimnisvolles Phänomen, die Schlaflähmung. Willkommen, liebe Suchende, in mysteriöses Zentrum, wo wir uns heute auf einer Reise jenseits des Schleiers des Bekannten begeben, in die Tiefen des Unsichtbaren und Unergründlichen. Waren sie schon einmal im Zwielicht des Bewusstseins gefangen, unfähig, sich zu bewegen und doch sehr bewusst? Dieser rätselhafte Zustand, der oft von Furcht umhüllt ist, birgt Geheimnisse, die darauf warten, gelüftet zu werden. Im Herzen dieser Verwirrung liegt nicht nur ein neurologisches Rätsel, sondern ein Tor zu tiefgreifender spiritueller Erleuchtung. Durch das Geflüster der Jahrhunderte und die Einsichten derer, die den Weg vor uns gegangen sind, entdecken wir, dass die Schlaflähmung mehr ist als eine Kuriosität des Geistes. Sie ist ein Aufruf, die weiten Landschaften unserer Seele zu erforschen, eine Herausforderung, sich unseren tiefsten Ängsten zu stellen, und eine Einladung, das Gewöhnliche zu überwinden. Tauchen Sie mit uns ein in die mystischen Interpretationen der Schlaflähmung, geleitet von der Weisheit von Dolores Kennen, und entschlüsseln Sie die spirituellen Botschaften, die in diesen Momenten der Unbeweglichkeit verborgen sind. Das Eintauchen in die mystischen Gefilde der Schlaflähmung offenbart einen Teppich von spirituellen Einsichten und transformativen Möglichkeiten. Hier erforschen wir die tiefgreifenden Dimensionen dieses rätselhaften Zustands, wobei jeder Punkt mit dem Reiz des Geheimnisses und dem Versprechen des spirituellen Erwachens beleuchtet wird. Erste, ein Tor zum spirituellen Wachstum, weit davon entfernt, eine bloße Schlafstörung zu sein, entpuppt sich die Schlaflähmung als eine heilige Schwelle zur Selbstentdeckung und spirituellen Entfaltung. In diesen Momenten des Schwebezustands sind wir eingeladen, in die Tiefen unseres Wesens zu blicken, uns mit unseren innersten Ängsten zu konfrontieren und die Türen zu einem höheren Bewusstsein zu öffnen. Diese Erfahrung lädt uns ein, das Alltägliche zu überwinden, und bietet einen einzigartigen Ausblick auf die persönliche Entwicklung und ein tieferes Verständnis unserer spirituellen Reise. 2. Der Tanz der Energie Im Zentrum der Schlaflähmung steht der komplizierte Tanz zwischen unserer physischen Form und der Essenz unserer Seele. Dieses Phänomen deutet auf eine momentane Disharmonie in der energetischen Symphonie hin, die Körper und Seele miteinander verbindet, und deutet auf ein tieferes kosmisches Spiel hin. Während wir schlummern, können unser physisches und unser ätherisches Selbst aus der Harmonie geraten, was zu der spürbaren Erfahrung der Lähmung führt, eine lebhafte Erinnerung an das dynamische Zusammenspiel der Kräfte in uns, die auf Auflösung und Gleichgewicht warten. 3. Eine Brücke zwischen den Welten Die Schlaflähmung ist eine Brücke zwischen der uns bekannten greifbaren Welt und den schwerfassbaren Bereichen des Geistes. Sie manifestiert sich als sichtbares Zeichen der Reise der Seele durch verschiedene Existenzebenen, die für einen Moment zwischen den Welten gefangen ist. Dieser Zustand wirft tiefgreifende Fragen über die Struktur unserer Realität auf und drängt uns, über die Weite der menschlichen Erfahrung und die Möglichkeit eines Lebens jenseits des physischen Bereichs nachzudenken. 4. Jenseits neurologischer Erklärungen Während die Wissenschaft neurologische Einblicke in die Schlaflähmung bietet, lädt uns diese Perspektive ein, das Phänomen durch eine spirituelle Linse zu betrachten. Sie geht davon aus, dass die Schlaflähmung nicht nur eine Störung in der Funktionsweise unseres Gehirns ist, sondern ein Spiegelbild tieferer energetischer Ungleichgewichte. Diese Sichtweise bereichert unser Verständnis, indem sie spirituelle Praktiken einbezieht, die darauf abzielen, diese Energien zu harmonisieren und so einen ganzheitlichen Ansatz zur Bewältigung dieses Zustands bietet. 5. Die unterbrochene Astralreise Die Schlaflähmung kann ein Zeichen für eine unvollständige Astralprojektion sein, bei der unser Bewusstsein versucht, den physischen Körper zu transzendieren und die Astrallebene zu erkunden. Diese Unterbrechung der Seelenreise lässt uns in einem Schwebezustand zurück, physisch unbeweglich, aber geistig rege. Diese Erkenntnis öffnet die Tür zu faszinierenden Möglichkeiten der Bewusstseinsforschung und legt nahe, dass die Schlaflähmung ein Wegweiser auf dem Weg zur Beherrschung der Astralreise sein kann. 6. Begegnungen mit dem Jenseitigen Die Erfahrung wird oft mit Begegnungen mit Wesen aus Dimensionen jenseits unserer gewöhnlichen Wahrnehmung in Verbindung gebracht. Diese Interaktion deutet darauf hin, dass unser Bewusstsein während der Schlaflähmung die Schwelle zwischen unserer bekannten Welt und unsichtbaren Bereichen überschreitet und möglicherweise andersdimensionale Wesenheiten einlädt oder ihnen begegnet. Solche Begegnungen stellen unser Verständnis der Realität in Frage und fordern uns auf, die Geheimnisse des Universums und unseren Platz darin zu erforschen. 7. Der Schatten eines ungelösten Traumas Die Schlaflähmung könnte auch die Reaktion des Körpers auf ein ungelöstes psychologisches Trauma widerspiegeln und als Leinband dienen, auf die unsere unterbewussten Ängste und Erinnerungen projiziert werden. Diese Interpretation fügt unserem Verständnis eine weitere komplexe Ebene hinzu und legt nahe, dass die Schlaflähmung ein Portal sein kann, durch das unsere unbewältigten Wunden an die Oberfläche kommen und nach Aufmerksamkeit und Heilung verlangen. 8. Chakren und energetische Harmonie Die Theorie befasst sich mit der Rolle der Chakren, der energetischen Zentren des Körpers, bei der Schlaflähmung. Ungleichgewichte oder Blockaden in diesen lebenswichtigen Energiezentren können diesen Zustand auslösen und verdeutlichen, wie sehr unsere körperliche und geistige Gesundheit miteinander verbunden sind. Diese Sichtweise lädt uns ein, uns aktiv mit unseren Chakren zu beschäftigen, um ein Gleichgewicht zu finden und ein Umfeld zu schaffen, in dem die Energie frei fließen kann, um so das Auftreten von Schlaflähmung zu verringern. 9. Eine kosmische Pause zur Reflexion Schließlich wird die Schlaflähmung als eine entscheidende Pause angesehen, ein vorübergehender Halt auf unserer Reise durch die weiten Landschaften des Bewusstseins. Sie ist eine Einladung, die vielfältigen Dimensionen unserer Existenz zu erforschen und die Fluidität unseres Seins, die über das Physische hinausgeht, anzunehmen. In diesem Schwebezustand bietet sich uns eine einzigartige Gelegenheit, uns mit den inneren Herausforderungen, die unser spirituelles Wachstum behindern, auseinanderzusetzen und sie zu überwinden, so dass wir bereichert und transformiert daraus hervorgehen können. Jede dieser Facetten der Schlaflähmung dient als Leuchtfeuer, das uns durch die Schatten führt, um die tiefgreifenden spirituellen Lektionen zu entdecken, die darin verborgen sind. Während wir durch dieses geheimnisvolle Terrain navigieren, werden wir an das unendliche Potenzial für Wachstum und Entdeckung erinnert, das in den Bereichen unseres eigenen Bewusstseins liegt. Am Ende unserer Erforschung der Schlaflähmung werden wir an die tiefgreifenden spirituellen Landschaften erinnert, die in diesen Momenten der Stille liegen. Diese Reise hat nicht nur ein Phänomen enthüllt, sondern auch ein Tor zu einer tieferen Selbstentdeckung und kosmischen Erforschung. Betrachten wir jede Begegnung mit der Schlaflähmung als eine Gelegenheit, in die Tiefen unseres Seins einzutauchen und die Geheimnisse und Lektionen, die sie uns bietet, anzunehmen. Danke, dass Sie sich uns im mysteriösen Zentrum angeschlossen haben. Mögen Ihre Nächte voller Einsicht sein und mögen die Geheimnisse der Dunkelheit Sie zu einem größeren spirituellen Erwachen führen. Bis zum nächsten Mal, reise gut und erforsche mutig! Amen. 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 Vielen Dank.